Hallo Leute, mein Name ist Emily und ich werde euch das schockierendste Geheimnis verraten, das meine Familie jahrelang vor mir verborgen hat. Ihr werdet nie erraten, was es war. Lasst mich euch fünf Jahre zurückbringen. Ich bin ein Einzelkind und lebe bei meiner Mutter und meinem Papa. Mein Papa ist Manager einer Baumarktkette und er wechselt ständig den Laden, den er leitet. Deshalb ziehen wir viel um. Es ist irgendwie schwierig, Freunde zu finden und zu behalten, wenn man nur für ein Jahr oder manchmal weniger in einer Stadt ist. Jetzt, wo ich 15 Jahre alt bin, wird es noch schwieriger. Ich habe mich nie beschwert, dass wir umgezogen sind, als ich jünger war. Es kam mir immer wie ein großes Abenteuer vor. Das war ich, bis ich Brand kennenlernte. Ich traf ihn an meinem ersten Tag in der Schule, in der ich gerade bin. Und ich war sofort besessen von ihm. Er ist so hinreißend und beliebt. Ich hätte nie gedacht, dass er sich für mich interessieren würde. Aber so war es. Wir fingen an, miteinander auszugehen und er kaufte mir sogar einen Ring als Geschenk. Er ist so romantisch, aber dann ging alles schief. An jedem Abend beim Abendessen erzählte mir Papa, dass wir wieder umziehen würden. Wir würden nur noch eine Woche in dieser Stadt sein, bevor wir über 100 Meilen weit wegziehen würden. Es war so weit weg, dass ich Brad nicht mehr sehen konnte. Ich konnte es nicht ertragen. Es war herzzerreißend. Ich hatte endlich einen Ort gefunden, an dem ich wirklich gerne leben wollte. Nun musste ich wegziehen. Ich sagte Mama und Papa, dass ich bleiben würde und dass sie ohne mich umziehen mussten. Ich hatte nicht erwartet, dass Dad so reagieren würde, wie er es tat. Er wurde nicht wütend. Er sagte nur, dass ich keine Wahl hätte und dass ich tun müsste, was er sagte. Das war so gemein, aber ich hatte genug. Ich hob meinen Teller auf und warf ihn nach ihm. Normalerweise bin ich ruhig, aber ich war einfach so wütend, dass ich nicht anders konnte. Ich hatte so lange an meiner Wut festgehalten, nicht nur wegen der ständigen Bewegung, sondern wegen vieler Dinge. Meine Familie gibt sich einfach nie Mühe, mich zu verstehen und mir zuzuhören. Papa duckte sich und es verfehlte ihn, aber es schlug mit solcher Wucht gegen die Wand unserer Wohnung, dass es zerbrach. Dann hob ich andere Teller auf und warf sie auch. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich schrie ihn an. Mama fing an zu weinen und sagte, ich müsse mich beruhigen, da sich die Nachbarn sonst erschreckten. Nun, ich war zu wütend, um zuzuhören. Sie holte einen Pinsel und eine Kehrschaufel und fing an, das Glas wegzuräumen. Dabei schnitt sie sich mit einer Glasscherbe in die Hand. Überall war Blut. Ich war so wütend, aber ich wollte nicht, dass meine Mutter sich verletzt. Ich sah im Freien blinkende blaue Lichter. Es war die Polizei. Ich konnte nicht glauben, dass jemand sie gerufen hatte. Ich hatte solche Angst. Papa öffnete ihn die Tür und zwei Polizisten kamen rein. Dann wurde ich sehr wütend. Meine Eltern waren wie Freunde für mich. Ich würde ihnen nie etwas antun. Ich sprach mit der Polizei und entschuldigte mich und sagte ihnen, dass es alles meine Schuld sei und dass es mir so leid täte und es nie wieder vorkommen würde. Die Polizei akzeptierte meine Argumentation und beschloss, uns zu verlassen. Aber auf dem Weg nach draußen hielt er inne und sagte, er muss noch einige Papiere ausfüllen. Mein Vater sagte, das sei völlig verständlich. Alles, was er wissen wollte, waren unsere Namen. Was dann als nächstes geschah, hat mich wirklich schockiert. Mein Vater erzählte der Polizei Falschnamen. Und das nicht nur für ihn, sondern auch für meine Mutter und mich. Ich war so schockiert, dass ich nichts sagen konnte. Als die Polizei weg war, stand ich in Schockstarre da. Die Wände waren voller Essen, weil ich die Sachen rumgeworfen hatte. Ich erwartete, dass mein Vater mich anschreien würde und mir sagen würde, warum er die Polizei angelogen hat, aber das tat er nicht. Er drehte sich einfach ganz ruhig um und sagte mir, ich soll gehen und meine Tasche packen. Pack deine Tasche, wir ziehen diese Nacht um. Ich öffnete meinen Mund, um ihn zu fragen, was passiert war, aber er hob seine Hand zum Mund und schrie mich an. Ich hatte keine andere Wahl. Ich rannte weind auf mein Zimmer. Was ging da vor sich? Ich rief Brett an und weinte so sehr. Ich glaube, er verstand aber nicht, was ich versuchte, ihm zu erklären. Dann kam Papa herein, nahm mir das Telefon ab und sagte, ich soll mich beeilen. Ich konnte nicht glauben, wie unvernünftig er war. Zwei Stunden später fuhren wir im Dunkeln in die neue Stadt, in der Dad arbeiten sollte. Während der Fahrt saßen wir schweigend da. Ich konnte nicht glauben, was da geschah. Warum hatte Dad der Polizei falsche Namen gegeben und warum mussten wir so eilig umziehen? Als wir in der Stadt ankamen, erfuhr ich, dass wir in einem wirklich heruntergekommenen Hotel wohnten, da unsere neue Wohnung noch nicht fertig war. Als wir dort ankamen, stürmte ich davon und sagte meinen Eltern, dass ich spazieren gehen würde. Ich wollte nicht mit ihnen reden. Ich lief ziellos durch die Straßen und rief Brett an und erzählte ihm in aller Ruhe, was passiert war. Er hörte mir zu und glaubte meine verrückte Geschichte. Er versuchte immer zu erraten, warum meine Eltern darüber gelogen hatten, wer sie waren. Er dachte, sie seien Kriminelle und deshalb hätten sie gelogen. Es schien tatsächlich wahrscheinlich. All dies im Land herumziehen und die Polizei zu belügen. Ich wollte weglaufen und mit Brett zusammen sein, aber ich hatte kein Geld. Dann hatte er eine Idee. Er schlug mir vor, selbst mit der Polizei zu sprechen. Ich wollte es nicht übers Telefon tun, also ging ich zur Polizeiwache. Ich war sehr nervös. Der Polizist dachte zuerst, ich würde lügen und ich merkte, dass er mir nicht glaubte, was ich sagte. Ich schrieb trotzdem alles auf, aber er zögerte es zu tun. Ich flehte ihn an, mir zu glauben und es den Polizeibeamten weiterzugeben, die in der Nacht zuvor in meiner alten Wohnung gewesen waren. Als ich ging, war ich immer noch nicht sicher, ob er mir glaubte oder nicht. Als ich zum Hotel zurückkam, saß mein Vater draußen und er war wütend. Er war so wütend, dass ich nachts alleine draußen war. Er schickte mich auf mein Zimmer. Dann wurde mir klar, dass ich eine SMS von Brett hatte. Ich öffnete sie. Es war ein Foto aus einem Zeitungsartikel von vor fünf Jahren. Es zeigte ein Foto eines Mannes, der einen Lebensmittelladen überfiel. Es war mein Vater. Das würde alles erklären. Die nächste Woche war wirklich seltsam. Wir zogen in unsere neue Wohnung und Mama und Papa gaben sich große Mühe, damit sie mir gefiel. Sie ließen mich mein Zimmer streichen und neue Möbel kaufen. Mom gab mir sogar Geld, damit ich Kleider einkaufen gehen konnte. Aber ich vermisste Brett sehr und hatte beschlossen, dass ich umziehen und bei ihm sein würde, sobald ich 18 war. Meine neue Schule war in Ordnung. Ich war so dran gewöhnt, an einer neuen Schule anzufangen, dass es für mich keine Rolle mehr spielte. Ein paar Wochen später passierte dann etwas wirklich Seltsames. Ich wurde in das Büro des Schulleiters gerufen. Ich habe in meinem Leben doch schon genug Ärger. Und das brauche ich jetzt wirklich nicht. Also machte ich mir Sorgen. Stimmt etwas mit Mom oder Dad nicht? Aber als ich dort ankam, war es nicht das, was ich erwartet hatte. Drinnen waren die beiden Polizisten, die in der Woche zuvor in unserer alten Wohnung gewesen waren. Es muss etwas ziemlich Ernstes für sie sein. So weit gereist zu sein. Sie sagten mir, sie hätten von mir die Nachricht erhalten, dass mein Vater ihren falschen Namen angegeben hatte. Sie hätten den Vorfall untersucht und müssten mit mir darüber sprechen. Sie fragten mich nach den Namen meiner Eltern und ich sagte ihnen ihre richtigen Namen. Dann zeigten sie mir ein Schwarz-Weiß-Foto meiner Eltern, das ein Jahr alt war, wahrscheinlich um die Zeit, als ich ein Baby war. Er fragte mich, ob die Personen auf dem Foto meine Eltern seien und ich sagte ja. Dann sagten sie mir, dass sie Neuigkeiten hätten. Meine Eltern hatten falsche Namen angegeben, da sie von der Polizei gesucht wurden. Ich erzählte ihnen, wie Brad das Bild meines Vaters gefunden hatte, der einen Lebensmittelladen überfiel. Der Polizist runzelte die Stirn. Er sagte, dass dies nicht der Grund sei, weshalb sie hier seien und dass der Fall bereits gelöst sei und dass mein Vater wegen etwas viel Ernsterem gesucht werde. Entführung. Er erzählte mir, dass vor fast 16 Jahren zwei Mädchen am selben Tag im selben Krankenhaus geboren wurden und denselben Nachnamen hatten. Irgendwie hatte es das Krankenhaus geschafft, die Babys zu verwechseln und die Eltern nahmen am Ende die falschen Babys mit nach Hause. Keine der beiden Familien wusste, dass hier etwas nicht stimmte, bis die Mädchen fünf Jahre alt waren. Eines der Mädchen landete krank im Krankenhaus und ließ sich Blut abnehmen. Damals stellte sich heraus, dass das Mädchen nicht mit ihren Eltern verwandt war. Die Polizei schaltete sich ein. Spürte die andere Familie auf und teilte ihnen mit, dass das Mädchen, das ihr aufzog, biologisch nicht ihr eigenes Kind sei. Und dass sie sich mit den richtigen Eltern ihres Mädchens treffen müssen und entscheiden, wie es weitergehen soll. Aber diese Eltern flüchteten einfach nur. Das Mädchen mit den Eltern, das weglief, sei ich. Er sagte, meine Eltern seien nicht meine richtigen Eltern. Ich stand auf. Das war eine Art kranker Witz. Er hat gelogen. Meine Mama und mein Papa waren mein Papa und meine Mama. Ich schrie den Polizisten an und nannte ihn ein Lügner. Er versuchte mich dazu zu bringen, mich wieder hinzusetzen, aber ich hörte nicht zu. Ich rannte aus der Schule und ging zurück in meine Wohnung. Als ich nach Hause kam, war ich erschöpft. Dad war da und machte sich Sorgen um mich. Er fragte, was los sei. Und nachdem ich wieder zu Atem gekommen war, sagte ich es ihm. Ich erwartete, dass er wütend wird oder lacht, aber er sagte gar nichts. Er sah nicht überrascht aus, sondern nur traurig. Er ging weg und als er zurückkam, hatte er einen Umschlag, aus dem ein Stück Papier herauskam. Es war ein Zeitungsartikel von vor zehn Jahren, in dem ein Paar meine Eltern bat, sich zu melden, damit sie ihre leibliche Tochter kennenlernen konnten. Ich sah mir das Bild an. Das Paar sah genauso aus wie ich. Viel mehr als meine richtigen Eltern. Dann sagte mein Vater es. Er war nicht mein biologischer Vater. Ich stand unter Schock. Mein Vater bettelte um Vergebung und sagte mir, dass er meine Mutter und mich einfach so sehr liebt, dass sie es nicht ertragen konnten, mir meine richtigen Eltern zu überlassen. Sie hatten Angst, dass sie mich nie wiedersehen würden. Aber ich war wütend. Was hatten sie mir all die Jahre angetan? Warum haben sie mich unglücklich gemacht und mich die ganze Zeit angelogen? Ich sagte der Polizei, dass ich nicht mehr mit diesen Leuten zusammen sein wollte. Und so brachten sie mich in ein Pflegeheim, das näher an Brads Wohnort lag. Zuerst war ich froh, von diesen Leuten weg zu sein, die behaupten, meine Eltern zu sein. Ich wollte sie nicht mehr sehen. Aber das Leben in der Pflegefamilie war schrecklich. Ich hatte nur ein paar Schubladen für all meine Habseligkeiten und es war zu jeder Stunde so laut mit Geschrei und Streit. Zumindest konnte ich mehr von Brads sehen. Und ich hatte eine Sozialarbeiterin, die sich um mich kümmerte. Die Sozialarbeiterin sagte mir, dass meine richtigen Eltern kontaktiert worden waren und mich gerne treffen würden. Ich ergriff die Gelegenheit. In der nächsten Woche nahm ich einen Zug in die andere Stadt und traf meine leiblichen Eltern in einem Café. Zuerst war es unangenehm. Keiner von uns wusste, was er sagen soll. Aber nach einer Weile wurde es lockerer. Ich sah dem Vater so ähnlich und ich klang der Mutter so ähnlich. Es war seltsam. Wir sprachen über unser Leben und sie erzählten mir, wie sie die Jahre damit verbracht hatten, mich zu finden. Dann lernte ich Ashley kennen, das Baby, mit dem ich versehentlich getauscht wurde und das 16 Jahre alt war, so wie ich. Es ist so seltsam. Sie sahen meinen Eltern sehr ähnlich. Ich nehme an, dass sie biologisch auch sehr ähnlich sind. Als ich zu meiner Pflegefamilie zurückkehrte, hatte ich über so vieles nachzudenken. Ashley und ich schrieben uns ganz viel hin und her. Sie war die einzige Person, die verstand, wie ich mich fühlte. Das war vor fünf Jahren und jetzt lebe ich mit Brad in unserer eigenen Wohnung. Ich stehe in Kontakt mit meinen leiblichen Eltern und den Eltern, die mich aufgezogen haben. Und die ich immer noch Mom und Dad nenne. Ich habe ihnen endlich verziehen, dass sie mich all die Jahre angelogen haben. Ich verstehe, dass sie nur Angst davor hatten, mich zu verlieren. Ich wette, ihr hättet nicht gedacht, dass das das Geheimnis meiner Familie sein würde, oder? Vergesst nicht, diesen Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich habe ihn.